Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geboren am 16.06. Ein Sohn des Franziskus aus einer Hohenstein-Trakener Mutter, dann weiter Marvi und Laudon Michael Schwarz. Aus Wolfhagen ist Züchter und Aussteller der Katalognummer 91. Die Schute brachte in Verbindung mit Rubinstein, den geführten Rubinstein Noir. Und die Mutter Havanna zur Mutter des Hexen. Die Mutter war zumindest dreijährig, dritte war den hessischen Meisterschaften, zweite war den deutschen Championnaten, vierjährig. Und die bereits mehrere Rednerinnen und Freunde waren, die jetzische Meisterschaften und das Bohrstehen. Auch noch ein Hinweis an die Aussteller, bitte den Eingangsbereich freizeiten. Und die Zuschauer vor allem auch, die den Eingangsbereich freihalten. Es ist nicht ganz ungefährlich mit diesem Polen hier. Ich möchte nicht, dass an dieser tollen Veranstaltung hier etwas passiert. Also bitte den Eingangsbereich freihalten. Dankeschön. Wir kommen zu den Noten der Katalognummer 91, Franziskus Hohenstein. Die Note für den Typ 9,0 dreimal einheitlich. Die Note für den Bewegungsablauf 8,0, 8,5, 8,5. Und Körperwahrung und Entwicklung werden benotet mit 9,0, 9,0, 8,0, die 91, Franziskus Hohenstein. Vielen Dank.